recht herzlich willkommen zur 84 folge von simo trans ja sind wir drin jetzt mal die städte durchgeguckt das heißt wir haben alles in ordnung gefunden dann gehen wir jetzt mal in die liste hier rein und schauen uns hier um ja das schiff das ist bestimmt das beladen schiff genau so sieht es aus das macht dieser das wird immer miese machen da wollen wir gar nicht weitermachen das ist halt so kann ich anklicken das war sowieso falsch was aber hier im bus in hardexen der verbindet hier irgendwie die drei oder vier haltestellen fährt dabei reichlich miese ein keine ahnung warum ok können wir jetzt dann nicht ändern ist so kann man noch ein wofer der fährt den sonderhausen auch vier haltestellen auch nichts tolles fährt auch weiter dann haben wir hier zwei schiffe die nacheinander fahren 11.700 und noch was ok die fahren jetzt glaube hier hin und laden dann da kann das sein was oder sehr offen war das nicht dann gucken wir uns das an wie die kosten da gleich sich ändern ok 2324 die fahren jetzt mit gerste runter verfolgt immer noch mal ganz schnell gucken ob sich das da unten dann amortisiert das wollen wir doch gerade noch wissen oder weite strecke noch nicht gedacht dass du bist da ein pferd ich dachte wir bin der näher aber ich glaube schon ok kommen dabei an und haben dann plus ok dann sind die ja relativ frisch gewesen könnte dann sein dass die demnächst weiter plus haben aber das ist ja gar kein problem die schieben wir jetzt mal hier unten in die ecke und lassen wir da mal so laufen und dann sehen wir das ja so haben am bus der fährt dadurch die gegend auch mit 9000 diesen auch nicht so doll auch vier haltestellen die lohnen sich dann nicht so wirklich naja man lkw der fährt bäckerei markt mühle die sind alle blauen bis zum 3 ich glaube die muss dann noch mal aus und gucken zu dass wir da neue drauf machen die kriegen wir hier und lkw was sind das für welche stück gut laster was transportieren in der mail bäckermarkt mühle was ich jetzt gar nicht müssen wir einen aufmachen und sehen was mail ok dann klicken wir mal mail an laden mail ein da ist mir und dann können wir den nehmen und der kann doch bestimmt anhänger dieser sieht so schick auspassen dafür oder bäckermarkt mühle ist dann der und kopieren wir einmal und geschicken die da drauf und hatten wir jetzt zwölf paletten das zuchtfahrzeug hat 14 das sind 36 und er hat zwölf dann sind wir sogar mit mehr unterwegs glaube naja die können wir erstmal ausmustern hier verkaufen jetzt weiß ich gar nicht dieser diese dann noch veraltet was mit denen ist der veraltet wohl nicht mal dann da kommen wir noch welche rein von ach so die müssen wir auch eine linie kicken dann geht es auch noch der mittlerer fehlt noch so dann läuft gut das haben wir schon ausgetauscht dann haben wir hier noch was wenn da oben oder oder da kommt der drauf wenn man länger backbahn radolfzell so der fährt dann jetzt ein hänger dahinter oder nicht so das ist der noch geht das jetzt nicht was haben wir jetzt da gemacht so lkw auf anhänger muss er so den nehmen wir den da dran und backbahn adolfzell starten der muss ausgemustert werden passiert auch schon wunderbar dann können wir den verkaufen der wird nicht blau den verkaufen wir auch den weg und den auch weg brauchen wir nicht mehr so mal gerade einen schluck trinken so gut hier haben wir auch ein paar die wir ausmustern können wir werden haben markt das transportierten der südfrüchte transportiert der auch sehr schön wir haben markt oder das naja und den starten wir dann auch ich glaube die anderen sind noch nicht zu alt ne das ist nur der eine wenn der dann weg ist geht es wieder ne und wie sieht das hier aus zweiter und acht und die fahren aber noch hoch ok wenn er dann da runter ist ich glaube dann ist die linie wieder sauber ja mal ein paar unimox fahren den basteln mal weg 2 3 4 5 5 warum ist der rot keine ahnung ist die nummer 7 und die fahnen getreide kann man auch weizen nehmen dafür der anhänger wo gehört der anhänger hin das ist der lkw nicht wirklich oder welche lkw gehört zu dem anhänger der auch nicht ne sieht auch komisch aus der fährt 77 und der fährt 75 oder nehmen wir den und hängen den anhänger dann da dran so und das war jetzt treu der brauerei und so die starten alle dahin sollen wir erstmal reichen ne verkaufen wir diese und den verkaufen wir auch wieder passt so der unimox hier der will noch nicht raus fahren die wieder zurück oder noch hin wir fahren auch hin so der ist gleich beim entladen hier glaube ich jetzt mal den auch los der letzte kommt schon zack weg ist er und dann laufen die da alle ein hat so dann mal hier noch zwei unimox ausmustern wird gäste gegen den auch ausmustern 2 der rest geht dann noch da machen wir den und kopieren wir den auch doppelt eigentlich nicht weil wir gerade stoppt das ist getreide h6 ein alter getreidehof da sind wir hier falsch macht das wieder weg dann müssen wir da machen ok du hast gerade noch gemerkt haben was die gäste da der drohner kommen treide hardecksen und kopieren und dann fahren wir da zweimal mit durch die gegend passt der wird gleich entladen gibt es noch einen anderen machen die ach so die fahren gerade raus klar so dann ist das auch besser noch die milch kann müssen auch getauscht werden und das ist hier auch insel oder was es auch immer ist halbinsel vielleicht keine ahnung wo ist es da ist das depot da haben lkw aussuchen für milch da ist er wieder mehl erwischt wie immer und der ist schon ausgewählt und das ist Döbenhafen Döbenhofhafen Döbenhofhafen kopieren und dann starten wir die auch und der kann ausgemustert werden und der auch so die bringen noch einmal die milch weg und dann raus so hier haben wir noch paula unimox der fährt sogar mit zwei anhänger nur hier gegen dann das ist der dritte so 1 2 3 ok die restlichen gehen aber fahren die denn hier rum da ist das depot so Gersten Weizen ist ausgewählt dann können wir die auch tauschen mit dem und das ist Getreide Döbeln Süddeutscher das ist er machen wir eine sechse von schicken wir alle auf die Piste und der wird ausgemustert und Trecker auch ausmustern die sind zu langsam dass das entscheidende da so ja da müssen wir nochmal gucken dass wir die da gleich runter kriegen brauchen natürlich ewig der ist schon weg der fährt noch ausgewählt der auch der auch der auch der auch da ist einer weniger geworden also da der der ist noch nicht ausgewählt aber der gut dann sind die schon unterwegs wie sie das hier aus diesen immer noch im hinweg der hafen ist aber voraus da unten ist gerade eine ausgeschieden den noch mal zu den zweiten ausgeschieden hat man gerade vor ihr schifflein und dem jetzt noch plus der untere auch so aus dann fahren die plus ein der zweite kommt jetzt an und kriegt hier auch eine stelle mehr genau passt die schiffe sind top so und der fährt jetzt noch ladung holen wird das auch gut sein gut dann würde ich sagen war nächstes mal hier noch ein bisschen weiter aber für die folge soll es jetzt erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss